ist ärgerlich na ja nach kuppen die heutige folge ist ja jetzt schon durch immerhin habt ihr alle einmal angesprochen auf der suche nach hand ist doch nur logisch dass der alchemist kräuter im sortiment hat oder vielen dank stellen vielen vielen dank diesen kommentar er ist genau vor zwei minuten also laut meinem meinem youtube vor zwei minuten bekommen wenn wir schon mal gerade dabei sind so wie du immer noch mit tatsächlich immer noch mit diesem kleinen feld rum wir müssten in die stadt und hier noch mehr pflanzen aber da die übersicht echt sov ist würde ich tatsächlich das grün erstmal entfernen wollen weil wir hier echt nichts sehen außerdem muss ich die errungenschaft für die hacke noch haben machen die habe ich ja nicht weil wir am anfang ja die errungenschaft noch nicht hatten ja stimmt ich mache das jetzt einfach mal weg ich bin jetzt einfach mal so ist übersichtlicher für mich ja ich finde es auch schön das zu sehen ne auch wenn die ja schützen sollen aber ja aber wir haben ja jetzt da auch kristalle im notfall stehen so ist es ja jetzt noch nicht man sieht echt viel mehr ne wo kriegen wir wenigstens die errungenschaft für die hacke das habe ich nämlich mitgekriegt die haben wir noch nicht da war der rand schon ne ja genau das hat man so schön hingemacht das feld das war auch immer alles bewachsen tatsächlich komischerweise seitdem wir mit den kristallen rumhühnern ist hier nicht mehr immer alles bewachsen wir hatten immer echt alles schön mit kartoffelzwiebel wir hatten alles immer schön bewachsen eigentlich auch wenn das feld jetzt nicht sonderlich groß ist aber es war immer alles voll und jetzt werden wir hier auch wieder kartoffeln noch aufknallen ja und spülen das werden wir jetzt gleich machen alles voll knacken was wir voll knacken können so da ist noch was da habe ich jetzt alles hier runter so es wird auch zu regnen dann müssen wir gleich wieder nach wasser gucken mhm der war auch noch lehm ne ja ja hier unten ist noch das ist sand schon bitte is was bitte is was bevor du gleich wieder umkippst mhm jetzt hast du deine hautfarbe wieder geändert ja weil uns ja auch leben bringt jetzt bin ich nicht mehr so schön errötet mhm taufrischer morgen guck mal hier unten war nämlich auch noch alles leben mhm das da ist äh da hatten wir alles einge... wir hatten so viel gepflanzt gehabt ja hier hatten wir eigentlich immer den 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 mais drauf gehabt ne ja das hatten wir alle so schön gepflanzt gehabt hier werden wir auch wieder bepflanzen jetzt hier damit jetzt endlich jemand wächst ganz ehrlich diese bühnenbäume nerven ja haben wir wieder gestellt nö das sind nicht unsere wir sind von allein umgraberlehrling benutze deine hacke 100 mal sehr schön da haben wir schon mal die 100 guck mal da ist auch schon wieder was drin irgendeine saad ich werde müde ja ist klar jetzt ist es ja abends jetzt darf es auch müde werden jetzt gehen wir ins bett und dann machen wir morgen hier erstmal weiter und pflanzen hier alles erst mal ein bisschen ein bisschen feldarbeit und so also wirklich komplett weil das ist ja abend rechtzeitig im bett tiere kommen garantiert auch irgendwann wieder dazwischen so ich bin ausgeschlafen sehr schön ja du darfst jetzt erstes durch die tür ok guck mal da drüben fehlt wasser ja das würde ich aber würde ich insgesamt machen mach erstmal weiter frei was du frei machen willst dann würde ich insgesamt durchgehen und könnte jeder schwer kaputt was ist das und was denn das ist der meist der geht schon wieder kaputt mein staure fühlt sich gut an ist ausgewachsen pfiffi 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 also wird ich meine jetzt erstmal also diese die katze ich sehe ich sie Pfiffi 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 pfiff pfiffi 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 pfiffip pfiffi pfiffi musste wahrscheinlich dahin führen eigentlich im kreis ja ja aber irgendwie stehen die gerade still wegen der pfeife naja gut kommen mit zwei artig hier und loslegen sehr schön den hat er geerntet ich wollte erst mal die kerzen da unter die sträucher da weiß ich nämlich genau wohin haben die so nicht dicht gepflanzt das ist doch nicht unsere hier das sind doch gar nicht unsere das sind unsere warte das ist unsere apfel auch das sind unsere kirsch granatapfel für sich okay das sind unsere ok schön unter die sträucher und so ein haben wir noch der kommt hier drunter das schon schwarzerde dort ein geeigneter bogen roterde roterde schon ein ge ok steine kies sand sandboden ton leben schmutz ach so nicht auf roterde kriegen wir doch auch anders haben wir nicht noch reicht das nicht schon reicht wir können noch alle das der hand den wollten wir jetzt gar nicht beiseite da eine war ja dort rot erde stimmt da war ja eine der da rot erde war stimmt der andere war auch rot erde wo der baum drauf sitzt und wo der zitronenstrauch drauf sitzt so den haben flassig mal in der tasche tatsächlich das und das kommt hoch kartoffel zwiebel alui lassen wir erstmal die feen staude wächst auf schwarzerde im herbst auf schwarzerde und das war das problem deswegen haben sie im herbst nämlich nicht gepflanzt gehabt so ja weiter gelaufen kann das sein wir hatten sie glaube ich wieder ausgebotet weil wir nicht aufgepasst hatten oder so ich glaube so warte mal ich komme ich komme ich komme sehr schön das hier noch frei machen das auch noch alles leben das kann man alles nutzen hier den ganzen kram aber ordentlich zu tun auf den feldern das ist ja ja ist aber egal aber es ist ja besser als wenn wir da mache ich lieber weißt du zwei tage nacheinander feldarbeit du weißt du lass das lassen und die hunde tun das ja nachher ernten aber da mache ich lieber zwei tage nacheinander diese ganze feldarbeit und 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 lass das wachsen dann haben wir wenigstens bisschen kohle das gibt geht ja gar nicht oder sag ich da jetzt was falsches wie lange wollen wir denn rum hühnern wir müssen dich ja komplett ausstatten damit du die nun in den höhlen bestehen kannst so den auch noch so dann kommen hier diese räumchen war weg die nerven also wenn wir hier keine billenbäume haben dann mit stumpf und stil guck mal laubholz kann auch wieder gebrochen das sind noch irgendwelche sachen hier drüber diese hellen dinger da zwar ausgraben oder was nein die daneben hier ja da müsste ich mal schnell holen die eine vorne hat sich wieder erholt oder oder war das noch mal gießen los gibt mir her hier die andere schaufel können wir gleich noch weg bringen nachher welche hat sich erholt man oder war nie da war eine so schaufel schaufel eine würde reichen danke das ausprobieren auch meine tochter ist da ist es wahnsinn sie klopft an die glastür ja unsere aufnahmen sind jetzt halt einfach so was ist das hier da ist auch noch etwas dunkles oder so liegt das dann nur drauf was das da oben wenn jetzt gerade hoch ist da neben dem busch das ist der schatten das ist der schatten ach ja das ist ja okay der sieht auf dem dingsboden anders wir haben hier waren das so wo sind sie kartoffeln er damit er damit er damit so geht ihr daran ja dann haben wir endlich mal große ja auch noch ein bisschen leben da ich habe noch vier so dann haben wir hier noch die zwiebel hier wächst schon was ja ich weiß dass da was wächst habe ich ja gerade gepflanzt das kann ich das tatsächlich das jetzt rausgenommen das ist die 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 dings pflanze ja nämlich raus so die wird geerntet und dann brauchen und dann weg damit sehr schön zwiebel wo war ich hier war ich auch da betroffen der wende gießen musste jetzt auf jeden fall das ganze feld das ich würde mal sagen wir machen uns auch noch ein paar einmal noch sind wir können was ist das hier an oder schwarzerde klappt nicht aber korn ihren davon brauchen wir ja sowieso wieder reichlich so da sind wir noch ja hallo da sehr schön alles bepflanzt was wir können die ganzen leben boden komplett bepflanzt so und jetzt heißt es einmal große gießerei und dann vielleicht noch mal ich würde auf sand nicht machen das bringt nicht so müssen wir nur uns sorgen machen das ist wirklich sehr sehr ärgerlich so den mal dahin so fangen wir mal irgendwo an ich würde anfangen damit immer schön der reihe gehen kannst so was eine katze war moment jetzt richtig das war so sag schön dass ihr euch immer den weg stellt oder das jetzt nicht genommen das hat er schon wieder nicht genommen aber ich könnte schon wieder ab und zu nimmt er das einfach nicht mache ich das fix so und dann lade ich die wieder auf welche waren das jetzt der und der noch habe ich jetzt alle jetzt habe ich alle warum geht mir eine einer muss voll gewesen sein die rotelle sind alle voll deswegen also das wäre mir jetzt egal ich würde jetzt einmal komplett die reihe durchgehen ob da jetzt was drauf ist oder nicht ist egal ich würde jetzt einmal komplett voll machen ja doch eben schon wieder beim wasserbefüll nicht reagiert ich glaube du brauchst einen neuen controller der controller funktioniert eigentlich einwandfrei guck mal und das hier mache ich ja eigentlich mit der dings hier mit der tastatur jetzt hier guck jetzt hat es wieder funktioniert jetzt gehe ich rüber da 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 müsste es der sein ne ja so und diesmal hat es wieder geklappt das gießen mache ich immer mit der tastatur in der schöpft ok dann hatte jetzt in einer wasser eingeschoben ja ich habe mir jetzt ein eimer wasser rein diese katze jetzt mal gucken den bereich habe ich immer gucken wenn das waren die dann waren es die das heißt hier unten ja ich kann sogar ein tiefer der er ist halt ein tiefer so und dann wieder einmal rüber dann wäre das dieser ja genau man kann man bei dem buschen fehlt irgendwas gesehen was ist da ist würde ich sagen nicht zu wenig licht an ja es ist abend das ist klar es ist logisch war ja war ja okay dann ja so jetzt gehen wir runter dann müsste das hier sein noch die seiten ja auch nicht voll kann ich auch ganz schnell so machen dann brauche ich wenigstens nicht 20 mein und her laufen ich glaube dass wir bei den einer brauche bessere mehr ja ich weiß nicht mehr was wir dafür braucht das ist das problem so so ein 3 ich glaube hier es war mir verkehrt in die drei länder noch ja so das sieht jetzt alles schon sehr gut aus jünger an einigen stellen auf jeden fall noch verteilt hier sind zwischendurch welche die wirklich brauchen hier ja aber die popolo wie sieht das bei den kartoffeln da vorne aus oder muss auch gegossen werden hier drüben habe ich noch nicht da musst du jetzt auch mal rüber aber alles jetzt na klar bin hier aber nämlich wieder so hier habe ich eine einzelne fläche dann haben wir in der mitte noch ein 3 jahr ich glaube hier haben wir nochmal ein 3 jahr ja ja und dann ist es glaube ich hier auch schon gewesen dann haben wir glaube ich alles das sieht alles super aus haben wir alles einmal gewässert sehr schön nimm gleich nimm dir gleich alle alle dünge und dann hast du schon du hast die habe ich die habe ich dabei tatsächlich ah ja sagen haben wir ja so gut wie keine mehr gut dann ist so also bisschen mehr enthusiast muss bitte ja ok ok habe ich die katze jetzt gerade gedüngt wenn du meinst dass sie das gut tut also schon wieder dunkel das glaubst du gar nicht ja heute echt da würde ich das jetzt auch machen genauso würde ich das jetzt auch machen da würde ich gar nicht gucken er gibt keinen dünger mehr drauf das ist jetzt funktioniert nicht mehr wenn schon mal wenn genügend drauf ist ja dann gehe einfach lang und gut ist meins guter dünge ja was erwartest du wir haben lange nichts mehr hier gemacht muss gleich laufen glaube ich neu machen werden wir gleich mal ja unser ach nee das war wir brauchen standard dünge das klappt ganz gut aber so geht es am schnellsten ja geht auch so schätzen die anders würde ich das machen er haut nämlich kein überflüssiges rauf an voll dann voll das ist das gute das ist nicht richtig räumchen kriegt auch noch was so ich glaube jetzt haben wir alles ist es jetzt voll manchmal auf die man kann es ja trotzdem drauf machen deswegen sage ich ja geht nicht alles voll okay ja gut dann solltest du vielleicht zu bett gehen beziehungsweise kannst du mal das lichtlein anmachen oder da ist ja nicht einfach mal und ein päuschen drücken du hast es für heute geschafft das war ein auf und ab der gefühle heute heute hast du mich gefühlstechnisch echt durch den fleischwolf gedreht ja ja aber dich selber glaube ich auch oder ja ja nächstes mal wenn wir ein bisschen aufräumen ein inventar das müssen wir auf jeden fall machen und mal gucken wie du schaffst zwischendurch auf die kommentare zu reagieren und zu gucken was geht für uns was geht nicht wir müssen geld verdienen ganz viel ja ganz ganz viel dann liegt dann irgendwann an ein paar tagen ich glaube drei vier tage oder so dann bei wilfried ist das boot dann fertig und wir müssen noch mal in die wurmhöhle ja dass wir da auch weiterkommen resistenzen was weiß ich irgendwelche buffs hast du nicht gesehen das muss uns muss ich alles in ruhe angeguckt werden das ist während der aufnahme natürlich etwas schwierig weil es sehr viel zeit frisst tatsächlich und dass wir uns nachher schon auf die besseren gegner vorbereiten können genau und wie heißt das sauber wort geld 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 ist geil aber hier kann man nicht geizig sein ganz im gegenteil ganz im gegenteil geizig sein darf man hier nicht wenn euch die aufnahmen gefallen haben lasst euch ein däumchen unter den videos wir würden uns sogar freuen in diesem sinne macht's gut und bei 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 Untertitelung des ZDF, 2020